samstag der 23 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video es ist nur ein tag bis heiligabend deswegen wird heute das vorletzte tüchen aufgemacht beginn macht der netto advents kalender auch wenn man es nicht erkennen kann es ist die stern schnuppe bei dem kaufler advents kalender was das tut dass ich mich vertan hatte am verhörten und deswegen ist da unten jetzt das tüchen dann kommt mit auto zum vorschein so der dürfte wieder aus dem aldi sein und da das tüchen da ist der teddy bär mit geschenk so der dürfte wieder aus dem video sein und da müssen wir etwas runter gehen weil da das tüchen ist und es ist auch die stern schnuppe so was jetzt dran das wisst ihr ja und da ist das tüchen es scheint so als seinen zwei stückchen drin und da ich eins rausgeholt habe muss ja eins noch drin sollen was dann noch mal runter geholt ist in die 20 so hier kommt der dazwoll geschenk der adventskalender diesmal aus dem aldi ja da ist es der weihnachtsmann und dennoch sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns auch am morgigen vierten advent beziehungsweise heilig abend